Freunde was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir reagieren heute mit dem guten Kali auf Silver RS Musik. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren. Drei Minuten 28 geht der ganze Song und ich bin sehr sehr gespannt und ich würde sagen wir gehen direkt rein. Kali was sagst du zu Silver? Bruder Abriss, ich habe den Song auch schon gehört. Meine Jungs waren auch dabei gewesen. An dem Tag als sie gedreht haben, wäre ich eigentlich auch dabei gewesen. Aber an dem Tag haben wir die zweite Runde die Dreharbeiten angefangen. Das heißt genau wo der Bremi schreibt Bruder komm jetzt da und da und ich so Bruder habe ich deinen Snap geschickt. Ich warte gerade auf dem Bus hier. Bruder zwei Stunden in dieser Wärme. Ich war eh am Ende Bruder. Dann sagen die auch Video und schenken mir Fackshare passt das auch. Aber meine Jungs waren dabei, ich habe den Song gehört. Auf jeden Fall Baba geworden. Aber so früh drehen die die Musikvideos um 9 Uhr, 10 Uhr? Was? 9 Uhr? Die haben bis 13 Uhr gewartet. Bruder die haben sich um 13 Uhr. Du kennst doch Bruder Südländer. Du sagst 13 Uhr und die kommen erst gegen 15 Uhr und so. Deswegen 13 Uhr sagt man langsam treffen sich alle. Kommt langsam. Wala so. Okay. Okay. Na diese Skizze ist auch krank. Kennt ihr? Oh shit. Der war einkaufen, wa? Oh shit. Nein, nein, hör. Kennt ihr nicht Hauhai? Warte. Achso. Kennt ihr nicht Hauhai? Jetzt hast du eine Anlehnung darauf. Da wo der erste, der eine hat Dope, dem fehlt aber Warka, also dem dem fehlenden Blättchen, Bruder. Den anderen fehlenden Dope. Jetzt kommt der nächste. Ja, ja, ja. Und das machen die richtig cool, Bruder. Wuuuuh. Davon drehe ich mich direkt einen Ansatz. Blättchen. Blättchen. Ich kann nicht Blättchen ansagen. Blättchen, Blättchen. Le Bro, Le Bro. Ja, also man. Jonathan Rauchen. Hier. Es ist wirklich nicht. Es ist nur der selbe Scheiße als der Frank. Scheiße, Mann. Wir nicht. Scheiße. Das ist fantastisch, Mann. Wala geil. F***. Hast du den Libro? Ach, stopp. Geil. Geil. Ich dachte, das war es schon mit den Besen, Alter. Man, das ist halt wie eine Karre, Mann. Es ist ein Audi RS, Mann. Kranker Scheiße, Mann. Wesh. Hello, man. Weil haben die echt cool gemacht. Haben die sehr cool gemacht. Sollte der eigentlich öfter, man. Es steht nicht. Ja, also dieser Skipp-mäßig. Ist doch lustig, Bruder. Mach den auch sympathischer. Ja, Wallah. Ich muss sagen, das wird aber auch dir stehen. Wie du ab und zu in die Klasse unterwegs warst. Sagst du? Du hast ja auch mal schon so... Wenn die Videos kommen, dann bin ich gespannt, wie das kommen wird. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Der Beat hört sich schon mal sehr geil an. Wer hat das gemacht? Johnny Ilstrument wieder? Ja, man. Okay, let's go. Johnny. Sag, wer will jetzt Stress? Ich hab 400 PS, flumm, flumm, macht der Audi FS. Meine Gegend ist tödlich, so wie Asbest. Ich strebe mich durch, so wie Rehab, mach Rest. Ich schieb keine Welle, sonst komm ich wie die Pest. Erst pack ich dich, und dann pack ich mir den Rest. Der der Polizist fragt, sagt, ich fische alle. Chef findet im Gepäck meine Hand, ich verstecke. Ich schicke Anblock, trinke eine A-N-A-T. A-N-A-T. Meine Bladys, die ich schicke von A nach B. Boah, ist das so weg. Boah, wie geil, Alter. Der ist echt krass. Das ist perfekt zum Sommer, Bruder. Bruder, ich finde, der hat ja jetzt... Wie viele Songs hat der rausgehauen in der letzten Zeit? Drei, vier? Zwei, drei? Genau. Wie viele hat der Songs jetzt davon rausgehauen? Drei, vier Songs rausgehauen? Davon, von diesen Songs, die der rausgehauen hat, von seinem neuen Album, ist der der beste. Jetzt schon? Ja. Wenn der schon so anfängt, dann wird... Das ist ja auch dieser Style, der ihm ja letztes Jahr voll viel Hype eingebracht hat. So geil, das feiert man bei ihm einfach. Hier wurde auch komplett bei uns in Köln sogar gedreht. In Köln wurde das gedreht. Guck mal, das sind sogar meine Jungs. Hier. Hier im Blau, da links. Ja, ja. Das Johnny, Bruder. Das Speedo. Das Widrix. Das Mohammed. Guck mal, alle Jungs von uns. Schönste. Boah, was hab ich für eine geile Schwitze aus Speedo? Was hab ich für eine geile Schwitze aus? Bruder, frag nicht. Weißt du, wie der heißt? Wie heißt der? CJ, Bruder. Was? Warum? Bruder, davor hatte der zehn andere Namen. Christopher, Christopher Krispy Chicken. Alles so, alles so. Es entsteht, Bruder. Ich hab auch genau seinen Stimmen Namen, aber das sag ich jetzt extra nicht. Sag bitte. Bei allem, Bruder. Bei Aiken wirst du Snoopy genannt. Bruder, nehm ich mit Herzen mit, Bruder. Nehm ich mit Herzen mit, Bruder, lieber. Aber, Assi. Das Ding ist, der Sil weiß ja auch, äh, von, also jetzt in diesem Auto, als hier drin waren, hinten links, hat ein Bre von mir gesessen. Das ist ein Cousy. Ein sehr enger Freund von uns. Das tölt nicht so wie Asbest. Ich drübe mich durch, so wie Rehabarist. Ich schieb keine Welle, sonst komm ich wie die Pest. Erst pack ich dich und dann pack ich mir den Rest. Ja, der Polizist fragt, Saki Fischer Alek. Der Chef findet im Gepäck meine Hasch-Versteck. Ja, ich hänge am Block, hängen an AT. Am AT. Meine Playliste, ich hänge von A nach B. Boah, es ist B. Du hast Top-Quali, Bruder, komm ja, ja, geh. Komm ja, ja, geh. Ja, ich drübe mir einen Schuh in aller Marokkanen. Meine Mutter sagt immer so, Lammurken. Aber ich lasse lieber meine Felgen drehen. Ich komm im Audi RS3 vollgepackt bis zum letzten Stein. Die Locken sind am Glänzen und die Boxen sind am Schrein. Bruder, man bekommt so gute Laune bei diesem Song. Bei der Hook auch, Bruder. Du musst halt diesen Einstück von der Hook hören. Okay, let's go. We catched. Ey, ich hab aber richtig Bock bekommen auf so einen Audi RS, ja? Ja, ja, Bruder. Wegen dem Baller, man kriegt, kann man sich gar nicht leisten, Bruder. Da muss man so Sachen anstellen für seine, die man nicht anstellen will, ja. Ich lasse lieber meine Felgen drehen. Ich komm im Audi RS3 vollgepackt bis zum letzten Stein. Die Locken sind am Glänzen und die Boxen sind am Schrein. Ich geb jetzt Gas im Audi RS, es, 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 es. Ah, da war da noch, da war da noch, Johnny, Bruder. Ich geb jetzt Gas im Audi RS, es, 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 es. Aber ich bin da gerade, ne? Da war mein Brü. Ich mach kein Spaß im Audi RS, es, 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 es. Es ist viel zu laut im Audi RS, es, 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 es. Die Hook, relativ einfach gehalten, dadurch ist sie voll catchy. Bruder, das sind halt so Songs, die kannst du einfach mitsingen Bruder. Und diesen Song, jeder der den Song feiert und im Auto hört, jeder wird den mitsingen. Ob du willst oder nicht. So, so. Es, 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 ich mach kein Spaß im Modiach. Es, 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 es. Es ist viel zu laut im Modiach. Es, es, es. Hey, Emin, ne geile Sau, ja? Bruder, was wär aus dem Bild nur geworden, wenn du nicht drin wärst, mein Bruder, ja? Ahalep! Stopp, ich stopp, ich bin leer, kein Standard, du willst deine Platz, komm, frag woanders Ich komm im Audi RS 3 vollgepackt bis zum letzten Stein Die Locken sind am Glänzen und die Boxen sind am Schrein Bruder, ey, mein Kopf nickt schon seit 2 Minuten durch, Bruder, geil Ich fang schon an, hier wieder zu schwitzen, Bruder, wegen Sachen Bruder, ich will eins schwitzen, so diese normalen, aber geht nicht, du bist die ganze Zeit auf diesem Feld, Bruder Wollt, dass du das Kentschreien war, du bist dein Name rumschweigen, Bruder So, ey, das ist so geil, auch die Pre-Hook so, das ist geiles, geil am Song, wirklich sehr stark Nell, ich hab erste Quelle, ja, mein Arsch ist hell, 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 direkt aus dem Kartell Wir sind Bläds am Block, unser Stoff ist top, wir kennen kein Limit und wir kennen keinen Stopp Ich schraub, Bild, ja, kein Standard, du willst deine Platte, komm, frag woanders Ich komm im Audi RS 3 vollgepackt bis zum letzten Stein Die Locken sind am Glänzen und die Boxen sind am Schrein Ich gebe jetzt Gas im OD RS, es, 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 es Ich mach kein Spaß im OD RS, es, 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 es Dann kommst du zu Lott im OD RS, es, 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 es Du kannst die Kursen auf dem Mod RS, es, 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 es Ewaa Ich bin jetzt Gauze im OD RS, es, 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 es Wallah geil Ich bin über dem hier Lott im OD RS, es, 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 es Wallah, das ist krass Gib mal den Job an Oh, es geht weiter Boah, was ist das für ein Stoff, Mann, ja, Bruder. Aus der Heimer, da. Das ist von meinen Onkel aus, Mann. Ich war mein Onkel, Bruder. Geil, Alter. Ich küsse deine Zabati. Ja, geil, Mann. Happy Release, Bruder. Und starker Release, Bruder. Ganzes Video, auf jeden Fall. Ja, Mann. Und du hast recht, Bruder. Safe. Bisher die beste Auskupplung. Ne? Feier echt tot, Bruder. Steig, steig, steig. Hammer. Sehr geil. Wird auch safe in der Playlist. Also, ich werde den behindert hören. Ja, 100%. Fehlt dabei natürlich nur noch der Audi RSS. Ja, definitiv. Und du fehlst auch, ne? Ja, natürlich. Bald, ihr wisst nicht, Leute, bald. Wir machen... Wart da gemacht, wart da gemacht. Ja, geil, Alter. Happy Release, auf jeden Fall, an Silva. Und Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.